So, jetzt sind wir. Ja, ja, komm, labern. Das sehen wir alle nicht, ey. Halt die Fresse, Rossoman. Er ist der Brand. Guck mal, rechts ist von ihm. Da ist ein Kobold, rechts von uns. Guck mal. Das sind die Evasion-Dinger wieder. Da ist Dobby. Sind alle drauf? Nein, du bist nicht mehr drin. Ja, das wird scheiße. Dann bleib ich jetzt hier stehen. Heile dich einfach um eins. Aber warum ist Mervin drin und ich? Ich bin sehr auf den gleichen Feld. Ja, das ist irgendwie voll dumm. Der Banditenkönig ist da wach. Alles schon. Ach, das war der Typ. Ja, das ist der Typ. Okay. Der Huhn, so Mervin, wir müssen den eigentlich töten, ne? Ist halt echt so, ne? Ist der Umfeldkreisel jetzt? Geh da unten hin. Ach so. Wow. Bitte schand, bitte schand, bitte schand. Oh mein Gott, ich hab keinen Fokus mehr. Er macht sich selber von... Und du hast dann... Sie haben sich mit der Schaufel erst begraben. 50 Runden aussetzen. Dafür hab ich doch 20 Gold ausgegeben für den Scheißen. Warum macht man da nicht recht, die sind geilen Kobold? Ja, weil das bestimmt... Ja, weil das bestimmt... Das ist bestimmt dieser Evasion Bastard. Weißt du, die ganze Zeit... Evasion, evasion, evasion. Ja, ist das Mervin ja wieder nicht dabei, wenn ich auf das Feld gehe, ey. Ja, was ist mit dieser Mervin, ey? Er ist voll so'n Spaß, Mann. Ja, richtig. Heilige Scheiße, ey. Keiner Marginal, bei aller Spielen. Weißt du, erst begräbt er sich selber und dann kommt er hier, ne? Nicht mit dir zu den Kämpfen, ey. Ja, passt... Passiert halt so. Ich geh jetzt einfach rauf und mach die Platte, ey. Mach sie, mach sie alleine. Ähm, Kampf, Junge. Ist die Saline kaputt? Äh... So, erstmal vergiften. Tja, jeder bekommt das, was er verdient, ihr Wichser. Keiner vergiftet. Also erstmal halt Gift. So. Ja, versteht das Gift die Tachter-Runde? Keine Ahnung. Wow, ja, ey. War ein guter Move, ey. Du bist... Du bist richtig nutzlos, Mann. Du bist so... Du bist so... Hört sich mal ermutig zu lappen, ey. Ja, nicht mal selber. Aber reißt da aber auch nix. Ich kann nicht mal den Bienen-Zerpult kaputt machen, ey. Wie nicht. Aber dann mal Elka. Elka, mach mal die Bienen kaputt. Ja, Bienen sind auch böse. Hm. Jeder bekommt das, was er verdient, ey. Ja, ausgerichtet. Ich hätte gelacht, ich hätte gelacht, wenn du wieder vergiftet wärst. Wow. Ja. Gift halt. Vergift. Ich flieh jetzt, ey. Wer hab ich, ob du keine Erfahrung hast, ist mir doch egal. Mehr für mich. Mervin flieh, stolpert und stößt durch den Kopf. Erstmal Geld für mich. Du machst jetzt etwa 20 Schaden. Ja. Boah. Da guck mal, dauerhaft... Ja. Wird das jetzt? Ich weiß gar nicht mehr nicht mehr nehmen, ey. Du musst den Scheiß auch noch benutzen. Danke. Geh... Da war kein Ginseng mehr. Keine Energy, du musst einen Red Bull kaufen. Oder Rockstar. Er fährt alle Flüche. Ist das auch... Das ist... Das Rote ist das. Okay. Also das wird nichts bringen. Guck mal, da oben ist ein tiefer Pool. Du hast Fluch der Torheit. Intelligenz ist stark vermindert. Deswegen hast du so wenig Intelligenz. So, ne. Oh, oh. Null... Null Ding ist tot. Das ist ein Prozent. Das wird wohl nicht. Ja. Das wird wohl nicht. Boah. Rüstung, Widerstand, maximal von mir Stärke. Das ist irgendwas, was ich oder Mervin benutzen. Ich würd's Mervin geben. Mervin hat immerhin 75 int. Ich hab grad verworfen und... Warum ist das weg? Ja, das ist nicht so klug. Ja, das ist nicht... Ja, verwerfen heißt... Nein. Verwerfen heißt... Verwerfen heißt... Es gab... Es gab nur anlegen, sammeln und verwerfen. Ja, genau. Du musstest halt sammeln. Du musstest halt sammeln. Aber nochmal kann man das ja weitergeben einfach. Nein, das ging noch nie. Wenn du im Gruppenkampf bist, dann kannst du es nicht. Aber das ging noch nie. Aber das ging noch nie. Ich hab ja gleich beim ersten Mal. Ich hab ja gleich beim ersten Mal. Er ist auf Leben. Alter, kann ich auch mal weiterlaufen als drei Meter? Mann ey. Nein, die Figur hat keine Kraft, ey. Mervin bleibt da... Schütz mich nicht. Mervin bleibt da einfach stehen. Wenn wir nach rechts laufen müssen, dann ein bisschen schneller gehen. Aber meiner ist so dumm. Der dreht sich einfach im Kreis. Ich geh nach Orten und heil mir meine Vergiftung geb. Jetzt verläuft sich in der Stadt und findet sich mal raus. Warte mal, wo müssen wir es hin? Wir müssen jetzt nach oben, oder? Nach oben, nach Paris. Ja, nach Paris müssen wir. Ja, aber töten wir jetzt noch den Banditenbastard, oder machen wir es nicht? Der ist ja da links, ne? Er ist für Level 4. Das schafft er, glaube ich, nicht, oder? Ach, er ist ja da 4? Ja, wir sind doch nicht mal da mit 3. Ey, dann muss das mal nicht machen. Oder ist das Level 3? 4? Da steht doch nicht dran. Das ist Level 4. Ja. Da wäre ein bisschen tricky. Ja, wir sollten schon 3, 3,5 oder 4 sein. Warum kann ich das nicht hernehmen, wenn das Zeug da drin ist? Aus Gründen. Ja, nee, aus Gründen. Wow. Behindert das nicht bei hinten, dass wir noch was hernehmen können? Was soll das denn jetzt? Ja, die kriegt immer Schaden, ey. Ja, wir können natürlich sie kaufen in dem schönen Mord. Nein, weil das so oft wie ein Banditenkönig ist. Alles unglaublich teuer. Wir können den halt versuchen zu machen, aber... Die Pfeifen kostet 36. Ich habe nur eine Sache, die ich mir leisten könnte. Das wäre ein Schild für 16. Ich konnte mir gar nichts kaufen. Ein Gottes Bart kostet... Ja, keine Ahnung. Du hast... 34, gell? Ja. Der 36 kostet das Ding, das Ginseng. Keine Ahnung. Mervin musste sonst an uns geben. Meinen Dienst habe ich auch nicht anbieten lassen. Ja, du kannst... Dein Dienst. Du kannst halt nichts machen, weil du halt Ultra da am Sack bist. Ja, das ist die Frage. Aber eigentlich brauchen... Hm... Also, wir können halt nichts kaufen. Ist ja die Frage, ob halt Level 4 nicht zu hoch für uns ist. Aber wenn das halt nur ein Boy ist, könnten wir einen Schalt schaffen. Ja, oder wollen wir links noch die Hexe machen? Die Level 3? Ja, könnten wir auch. Wie fliegt der den Weg? Hattet ihr wohl heute noch einen Ginseng dabei? Ja, Mervin hat eins. Dann kann dir eins geben. Ja, wer hat eins? Wow. Ich würde... Ich würde... Ich würde den Steinkreis nehmen. Und erst mal sterben. Mann, ey! Das ist doch einfach Bullshit! Kannst du mir den Ginseng geben, Mervin? Der Erster muss auf seinem Feld, glaube ich, laufen. Ja, ja, ja. WTF? 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 Vielleicht musst du doch kämpfen gegen ihn, ey. Wow, ey. Kannst du dich da laufen? Ja, wow. Ich nehme eins raus hier. Ja. Ich habe nur eins verloren wenigstens. Bringt dir halt auch nichts in den Trick. Steinkreis. Alle verlieren Fokus. Ja, wir haben eh keinen. 12% Ich glaube, ihr müsst fliehen. Die eine ist Level 4. Und die verfünschliche Hexe. Ja, wir haben 2. Nee, nee. Komm, da fliehen wir. Ciao, René. Wow, ich haust dich einfach nur so richtig, ey. Ja, ich habe noch nicht. Ja, aber René, guck dir das mal an, guck dir die abgepackten Motherfucker an. Ja, guck dir das mal an, ey. Warum hast du doch den Scheiß, ey. Wer kann denn damit rechnen? Bin ich Merwin oder was? Ja, das war Pech. Ja, wow. Wow. Aber René, warum hast du denn nicht irgendwas zum Entfluchen genommen? Oder hast du nichts zum Entfluchen? Was soll ich denn entfluchen, ey? Ja, irgend so'n... Achso, ich hätte dir was geben können. Was soll ich denn entfluchen, ey? Was bringt mir das? Ja, du hast doch diesen Fluch drauf mit der Intelligenz zum Beispiel. Achso. Weil du hattest grad Geschwindigkeit. War gerade bei dir auch nämlich ultra niedrig. Und das ist ja das, auf das du würfelst. Meine Geschwindigkeit ist immer... Alter. Fickt euch doch. Wo läufst du hin? Du läufst jetzt direkt nach oben. Oder was machst du denn? Nee, ich glaube, es ist ein Steinheld. Voller Fokus und 36 EP. Ja, aber ich kann nicht wieder verleben. Wir müssen uns halt absprechen, was wir machen, ey. Das bringt alles nichts. Na gut, das war jetzt halt unlucky. Weil Yannick halt da den Kampf getriggert hat. Weil der jetzt erstmal Gold verliert. Ach man, wir haben aber grad auch einfach das Ultra Pech. Das ist ja schon nicht so normal. Was macht der, wenn der da alleine oben, dann stirbt der wieder, ey. Wenn der da alleine rumläuft. Ich sterbe nicht. Mach dir mal auch nichts. Ja, aber der ist Level 2. Das ist nur einer. Ja, ich stirb nicht wieder, ey. Ja. Das kann passieren. Ja, guck mal. Den ist ja locker. Wir wollen schon in ARD mit 20 damage. Yannick hat auch nur 51 End, das ist auch nicht sehr viel. Nö. Aber Renni hat halt noch den Debuff drauf, dass er halt diesen Fluch hat, dass er halt auch so wenig End hat. Ja, der hat ja eigentlich 58. Also. Ja, genau. Ja, ich werd mich mal debuffen jetzt. Vielleicht triggert der einen Gegner und verreckt. Bitte. Bitte weiß. Naja, da müsste wir ja auch noch dahin. Dann soll er wenigstens bei uns unten drauf gehen. Dann soll Mervin wenigstens bei uns unten sterben, ey. Wollen wir mal den Blutvogel da machen, oder? Ja, komm. Du musst dich erst heilen, Renni. Ja, ja, ja. Ja. Wer nimmt mal deinen Gottesdingen da? Stell ich dann einen da vor, oder was? Nein, ja, Level 3. Dann geht's los, ey. Dann mach ich 9 Schaden, ja? Entfluch jetzt, oder nicht? Ja, kannst du entfluchen? Ja. Okay, nice. Ja, okay, 45 Intelligenz. Aber es ist ja trotzdem halt mehr als 26 oder sowas. Ja, meine Waren. Auch die G-Debuffed. Achso, vielleicht durch meinen Helm, glaub ich. Ja. So, jetzt gehen wir dann in die Stadt drüber, oder? Äh, kass. Also zum, 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 zum. Fighterino. Ja. Ja, guck mal, die sind wir Level 2 und haben 16, eben ist ja auch nix. Mach keinen Schaden auf. Wow, danke. Zeug Blutung. Nehm, Senzu. Bin auf den Zug. Wow, ja, immer. Ich glaub den einen, ne. Warum hast du dich nicht erwuntlicht? Bist du ein Bastard, deswegen nicht. Ja, immer 4,3 Schaden, ey. 5, ja. Auf der Nute nicht one-shotten könnt, du auch. Ey, der Banditen können dich richtig auf den Sack, weißt du das? Ja, das ist echt nervig, dass wir halt nichts ballen können. Du kannst ja, du kannst ja nicht mal in die Stadt heilen. Sowas hatten wir bisher noch gar nicht, also dass sowas krasses ist. Auch Lebensentzug, ey, was soll das? Wow. Ja, das ist überhaupt. Wir haben ja gerade lachen. Alter! Ja, das wird wahrscheinlich sein, dass die, die 7 Damage machen und 7 HP kriegen oder irgendwie 3 oder so, keine Ahnung. Ne, die haben ja kein Leben dazu bekommen. Haben sie gar nicht? Ne. Ich dachte, dass Lebensentzug quasi so Lifestyle ist, so. Genau. Okay, gut. Ah, okay, schade. Ja, aber ja, den macht ihn jetzt platt, hoffentlich, ey. Guck mal, ermutigt, zack. Die ganze Fehler. Und easy level up. Und die Fris. Warum machst du so viel, ey? Das war doch geil. Das war doch unfair. Du wolltest nicht als ob... Er ist ein Wichser, ey, guck in der Hand, ey. Ey, du hast jetzt noch mehr Idee. Ey, Junge, du kriegst nie wieder was von mir. Komm her auf mich, ey. Scheißegal, du Bastard. Das ist doch ein richtiger Lauch, einfach nur. Ein richtiger Lauch. Ein richtiger Anti-Made. Ich bin dann wieder lacht, ey. Wenn man dann... Also noch mehr Anti-Made ist, hätte ich schon kaum möglich. Boah, hier gibt es richtig gerne... Ich hab halt nur auf Benutzen geklickt, ja. Ich hab noch nicht gelesen, was es gemacht hat. Ja, das hilft. Ja, klar. Hier gibt es zwei Bogen. Der eine kostet 70, der andere 84, ey. Das ist scheiße, wie ne Banditen. Außer Mervin gibt mir sein Geld, ey. Dann... Ist der Bogen stark? Fängt er, oder ist er das... Wir können den Banditen eigentlich schaffen, oder nicht? Der eine macht 11 Schaden, macht dann... 4 ausweichend und 25% gegenfliegend. Und der andere macht sogar 14 Schaden, das ist schon ziemlich viel. Und schwerer Zug und sichere Entfernung, also da hab ich noch so Stats drauf, die noch besser sind. Das eine Ding heißt... Spreizschuss. Nice. Aber nur effektiv gegenwärbliche Gegner, oder? Wow. Mervin, was hast du noch mal für ne... Du hast so ne Bade da, ne? So ne Blaute. Ja. Hier gibt es eine, die macht 14 Schaden. Die ist gut. Plus 12% Gold Multiplikator. Nice, ey. Die kostet 108. Ja, dann müssen wir den Banditen König machen. Ja, würde ich auch sagen. Probier mal einfach. Gibt es ne Quest? Es gibt ne Quest, um Chaos zu reduzieren. Ich nehm die einfach mal ein bisschen. Ja, ist gut. Wir haben ja einen Chaos... Nehmen wir uns. Ja, auch Level 4, aber... Boah. Ja, aber wollen wir das machen? Ja. Dann können wir noch EP bekommen. Ja, klar. Nice. Du hast dich halt halten müssen, auch Jendrik. Ja, kann ich immer noch machen. Im Kampf. Ja, soll ich reingehen, oder was? Ja, jetzt krieg ich Plus 6. Ich bin mir das einfach so egal. Nee. Ja, komm mal. Ja, mach das. Ich hoffe, du kriegst Minus 18 EP, ey. Ja, Minus 18, ey. Damit die Roller ja sonst noch... Ich hoffe, du bist wieder Level 2, dein A. Was? Das sind einfach nur Erz, die kann das jetzt nicht versuchen. Ja, keine Ahnung. Okay, machen wir. Rein da, rein da. Ach du Scheiße. Warum haben die einen Bein denn so viel Leben, ey? Ach, der hat nen Elektroschock, ey. Aber die ganze Links, die Chaos-Marie, können wir ja auslassen. Wen müssen wir denn zuerst den Rechten, oder den Mittleren? Ja, ich muss... Also, du musst den Mittleren eigentlich machen, weil der Rüstung hatte. Mach ich keinen Schaden. Ja, wir müssen aber alle einfokussieren. Alle den Rechten fokussieren. Ich hab keinen Fokus. Ach so, ja. Alle auf den Rechten jetzt. Dann wird man den mal auf der Reihe wegmachen. Oh Gott, welchen Debuff, ey. Ja, wahrscheinlich... Lol. Ey, das hat mir neun Schaden gemacht. Oh Gott sei Dank. René, du musst dein ganzes Fokus benutzen. Nee, Merwin, um den Rechten kaputt zu machen direkt. Ja. Ich mach den jetzt auch. Weil... Ja. Ja. Ich hab heute nur einen Fokus. Ja. Ja. Ja, das war sehr optimistisch, ey. Aber können wir krass anschauen. Ja, ich hab keine Ahnung, ob das so funktionieren wird. Ja, dann kannst du den AOE-Angriff machen jeden Ding? Ja, weil... Mach ihn safe, bitte. Mach ihn bitte safe. Okay. Was auch Eding bringt halt auch nichts, weil der Link kriegt keinen Schaden davon. Ja, du... Lol. Wir sollten trotzdem den ganzen Linken kaputt machen, oder? Minus 8, ey, ich bin Tor jetzt fällig. Dann werden wir ganz ehrlich, warum wir... Wir werden jetzt nicht kaputt kriegen, oder? Weiß ich nicht, wir könnten versuchen zu fliehen. Wollen wir? Oh, ja, müssen wir wohl wahrscheinlich. Bevor wir hier drauf gehen? Ey, das ist scheiße, man. Dass die so krass stark sind. Ja, lass es wegen. Warum müssen denn alle davon so krass für Rüstung haben? Vielleicht stirbt die Eding auch noch. Ich wünsch jetzt so wie bei mir vorher, ey. Tschüss, René. Wie er noch den Stab aufhebt, der Pisser, ey. Guck mal, wir haben den B bekommen. Ja, wir hätten die eigentlich schaffen können, wenn wir volles Leben gehabt hätten. Ja, einer der 18 Schaden. Aber ich hab 2 mal 18 Schaden bekommen. Aber wenn wir ganz ehrlich, das dumme ist jetzt einfach, was machen wir denn jetzt? Ich meine, nach der Erfahrung gerade werden wir den Banditenkönig auf keinen Fall schaffen. Außer, es ist nur ein einziger Gegner. Wir müssen eigentlich erst Level 3 werden, und das wären wir ja relativ fix. Wollen wir nach links und einfach das Destruidenlager und diesen Kobold direkt machen, würde ich sagen. Ja, ja, keine Ahnung. Wenn ihr in solche Kämpfe geht, holt euch vorher ein Sanktum. Was ist ein Sanktum? Was ist ein Sanktum? Snobpanda. So, so wissen sind wir noch nicht. So. Du bist dran, Jendrik. Naja, ich hab ja gerade was benutzt. Was ist das? Der Banditenkönig pickt uns hier nicht gerade raus. Verdammt, dass du außen rum gehst, nicht durch. Ja, ich weiß. Komm. Trinkwettbewerb. Oh, ne komm, Gift und so können wir jetzt echt nicht hier brauchen. Doch, könnte ich eigentlich... Kann ich machen, ich hab hier das Ding. Unwohl ist, du fühlst dich unwolltot. Das hat dir jetzt aber auch richtig viel gemacht, das muss man einfach mal so sagen. Ja, guck mal, ihr seid beide fast Level 3 jetzt. Naja. Ja, das bringt ja nichts da rein zu gehen, René. Du kannst nichts machen. Außer du hast irgendwie 100 Gold oder so, dann kannst du dich einmal heilen. Vielleicht hab ich das hier. Wir kriegen halt gleich auch noch... halt noch ein Chaos mehr, ne. Wir müssen eigentlich nach dem Banditenkönig müssen wir die Chaos-Mission machen. Ja, die wir gerade verkauft haben. Da haben wir ja gerade gefällt. Warte mal, ist Mervin mit drin? Ich mach jetzt Kampf, ne? Ja. Äh, aber es ist nur Panda, was meinst du denn mit Sandtum? Ich bin jetzt gerade... Timo ist auch dabei. Meinst du diesen Schrein, oder was meinst du? Ich bin schockiert. Ein einzelner Slot pro Wurf schlägt fehl. Ja toll, also einer schlägt auf jeden Fall. Das heißt, ich kann dich perfekt auf Stun kriegen, dann wollte ich das gar nicht erst machen. Genau. Äh, was? Er hat evasion, oder? Er hat evasion. Die beiden evasion drauf. Darum hasse ich dich, das Bastarde. Ähm. Weiche jedem nicht perfekten Angriff aus. Das heißt, wir müssen perfekt machen, um ihn halt zu treffen. Das heißt, ich kann nicht. Ja. Er puffen. Nee, er macht evasion, oh mein Gott. Ja. Tja, Nick, bist du ein bisschen useless. Ich flieh einfach. Ja. Ich mach einfach Schaden. Ja, geht ja nicht. Er weicht ja jedem nicht perfekten Angriff aus. Und Yannick trifft auf jeden Fall einmal nicht. Wie dumm ist denn das, ey? Aber stell dir vor, das was er bei mir gemacht hat, macht er auf alle von uns. Ja, aber guck mal, deins ist schon wieder weg halt. Also jetzt kannst du... Ja. Mach gar unter den. Ey, wie dumm ist das mit der Sektik-OP eigentlich? Ja, das ist ein bisschen komisch. Ja, ich hab bis jetzt immer getroffen. Also ihr seid einfach nur bewusst. Ja, schon mal. Also ich bin mir zu sicher, aber ich find halt so... Ja, du verdient die Hände. Mehr, dass du verdient hast. Scheiße. Jetzt... Ja, sehr gut. Das hat man einfach nur verdient. Jetzt zieht schon ab. Erst mal Level abgönnen. Boah, für den Rest. Oh, nice. Kann ich mir mal jetzt von großen? Ja. Wir dürfen einen Bogen haben. Ich mach mal aussitzen. Gib das mal hier in den Rene. Rene. Nice. Tauben das Eis auf einen 1-Sin-Five mit der Chance zu gefrieren. Persönes müssen wir für Mervin sein vielleicht. Ja, das ist glaube ich egal wer das benutzt. Gut, was machen wir jetzt? Ja, warum wir links doch... Achso, wir sind jetzt alle Level 3, ne? Wir sind jetzt alle Level 3. Wir könnten theoretisch den Barditenhuhnsohn jetzt machen. Mervin müsste ich aber vorher noch heilen. Und ich könnte den Barditenhuhnsohn mit dieser Eiskugel halt einfrieren. Ja, wenn es nur eine ist. Ich hab's können aber 3 Gegner sein.